Wo waren Sie am Samstag zwischen 15.30 Uhr und 17.15 Uhr? Auf dem Platz. Gibt es da für irgendwelche Zeugen? Eher so 62.000 ungefähr. Die fragen jetzt aber nicht alle ab. Ich auch nicht. Schönes Revier haben Sie hier. Wir haben Hinweise darauf, dass Sie jemandem die Lederhosen ausziehen wollen. Ist korrekt, ja. Das ist doch pervers. Wäre pervers, geil, ja. Fürs Protokoll bräuchten wir einmal Ihr Geburtsdatum. 1893, hey, hey. Gibt es vielleicht noch andere Beweise? Videobeweise aus Köln. Oh, Videobeweis, kann man ihm trauen? Ey, nee, kann man nicht. Das ist total der Scheiß. Stimmt. Kann ich jetzt gehen? Nein. Sie haben das Recht, sich zur Vernehmung einen Verteidiger hinzustellen. Wenn Sie sich keinen Verteidiger leisten können, dann wird Ihnen einer gestellt. Ich krieg umsonst einen Verteidiger? Wie mega cool ist das denn? Sie dealen doch mit Medikamenten. Das ist doch offensichtlich. Irgendwoher muss die Kohle ja kommen. Versuchen Sie sich genau zu erinnern. Was kam nach dem Schuss? Da war ein Geräusch. Ich habe ein Geräusch gehört. Was denn genau für ein Geräusch? Das war so... Döp. 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 Moment, nochmal langsam, für mich zum Mitschreiben. Döp. 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 Und immer weiter. Das war richtig geil auch. Ich wollte nochmal nachfragen wegen dem Fall Elversberg. Dabei können wir da nochmal... Der Fall Elversberg wurde zu den Akten gelegt. Der Pokal hat seine eigenen Gesetze. Es wurde gemeldet, dass sie andere verfolgen. Nein, das streite ich vehement ab. Ich laufe niemandem hinterher. Also nur meinen eigenen Erwartungen. Ich bin da also nicht im Strafraum oder irgendwie sowas. Ähm nein, die vielen Trainerwechsel in letzter Zeit haben gar keine Unruhe reingebracht. Sie lügen. Bitte glauben Sie mir doch, ich habe damit nichts zu tun. Das war nur ein Streich. So, wer hat geschossen? Die Eins? Nee, die Eins ist harmlos. Die Zwei war's. Okay. Nummer zwei. Sie können gehen. Wie bitte? Bayern-Bonus. Der ist so gut. Das ist schon fast kriminell. Aber... Aha. Aber am Tatort wurde Flecken gefunden. Hallo. Ich will Anzeige erstatten. Mir wurden drei Punkte gestohlen. Ich wollte eigentlich nur eine Vermisstenanzeige hier aufgeben. Was fehlt Ihnen? Äh, Anhänger. Setzen Sie sich doch. Nein, ich stehe lieber. Gut. Was sagen Sie zu den Vorwürfen? Ich sage nichts ohne meinen Müllwald. Was ist denn das für ein Typ Anhänger? Äh, authentische Bullen-Fans. Also... Existiert nicht. Glauben Sie mir. Es droht Ihnen lebenslang grün-weiß. Das wäre völlig okay für mich. Sie haben viele Leute ins Herz getroffen. Sind Sie etwa Wiederholungstäter? Ich weiß nicht, ob das nochmal so möglich ist. Aber ich gebe zu, dass ich das vorhabe. Okay. Wir haben Sie im Blick. Interpol ist verständigt. Haben Sie schon mal ein Wumms-Video gesehen? Na los? Ja. Und was von Funk? Raus mit der Sprache. Ja. Und ein Abo für Wumms? Ja, ich habe Wumms abonniert. Okay? Kann ich jetzt gehen? Ja. Dann ja. 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 Ja.